So, noch mal mein Stillleben hier. Nee? Komm her! Du, mein Stillleben hier. Nee? So. Alter Schisser, nee? Komm her! Mhm. Alter, der die Schisser, nee? Hier unten ist es weniger Schisser, nee? Hier unten können wir euch mal ein bisschen wühlen, nee? Ja. Da passiert nichts, nee? Da hat keiner Angst, nee? Du ja, nee? Komm her, du Urlauber. Mhm. Hopp. Mhm. So. Mhm. So. Jetzt haben wir wieder ein paar Hühner. Haben wir wieder ein paar Hühner? Komm mal her, du Hohn. Haben wir wieder ein paar Hühner hier? Du schwarz. Auge, geh mal hin da. Hau ab. Hopp. So. Ja. Ja. Wieso? Komm her. Komm her. Mhm. Urlauber. Immer am selben Käfig, nee? Und du? Kommst du auch? Komm her. Hopp. Hallo. Alter Postvogel. Komm her. Hopp. Schöne. Der alte Postvogel, die Leute, nee? Mhm. Und du? Wirst du denn auch nicht? Hm? Du wohl, nee? Komm her. Mhm. Du wohl, nee? Du musst auch da unten hin. Und das Wuhling? Komm her. Nee. Das würde ich nicht sagen. Hm? Du? Du? Alter Spinner? Jetzt hab ich dich. Ja? Ich hab dich. Na jö denn. Ja. Keine Ahnung. Gold ist auch am Fressen. Mhm. Da ist wieder ein Neuer drin, nee? Komm her. Zeig dich mal, du. Hm? Komm her. Mhm. Mhm. Ein neuer, nee? Ja. Da musst du ein bisschen warten, nee? Du musst noch ein bisschen warten, nee? Geh wieder rein. So. Nicht Goldig? Nein. Nee. Nein. 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 Vielen Dank.